Na, wer spielt denn hier so sexy verstecken? Es ist Sylvie Mais, die sich passend zum Frühlingsstart heute schon mal sehr leicht bekleidet ihren Facebook-Fans zeigt. Aber natürlich nicht ohne Grund. Diese tollen Dessous-Bilder sind die ersten Fotos der neuen Hunkemöller-Kampagne. Und nicht nur ihre männlichen Fans sind von Sylvies Auftritt begeistert. Sehr schön und sexy, bravo Sylvie, schreibt eine Userin. Eine andere, sehr tolle Fotos, da kannst du echt stolz drauf sein. Jetzt fällt der Moderatorin nur noch der richtige Mann an ihrer Seite. Aber bei den Bildern dürfte die Männerwelt bei Sylvie ja Schlange stehen.